Willkommen im Winter! Naja, zugegeben, so kalt wie gestern ist es heute zum Glück nicht mehr. Heute sind wir so 16, 17 Grad. Gestern war es vier Grad kühler, das hat geregnet. Also das war dann schon ziemlich windlich, vor allem jenseits von den Temperaturen, die ich in Sydney erlebt habe. Dort war ja wirklich schon Frühling, schon fast sommerhaftes Wetter. Etwas ganz Spezielles habe ich jedoch für dieses Video live Musik, die hat hier in der Fussgängerzone von Adelaide ein Mann gespielt auf einem Instrument, das irgendwie aus Röhren besteht. Die Stadt selbst ist sonst nicht wahnsinnig speziell, es hat natürlich viele Hochhäuser, viele Strassenreiter, Strassenreiter, Fussgängerzone, und das ist ja wirklich schön. Musik 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 Aber etwas ganz Spezielles hat es hier in Adelaide, nämlich eine Parkanlage, die geht so rund um die Stadt rum, so rund 200-300 Meter breit. Und das war früher ein Wald, der wurde angelegt, damit Angreifer nicht einfach in die Stadt rein marschieren können. Und die Breite, eben die 300 Meter, die waren damit begründet, dass Angreifer mit ihren Kanonen nicht einfach in die Stadt reinschießen können, weil eben die Kanonenkugeln nur etwa so 300 Meter geflogen sind. Musik Das war es auch schon hier von Adelaide, das nächste Mal sehen wir uns im Zentrum von Australien. Bis dann, tschüss! Musik